Yo moin moin da sind wir wieder ich bin's euer MacGyver und unserem Gastspieler dem Napu 001 ja moin wir spielen World of Tanks ne wir spielen Fischerbucht im Standardgefecht ähm ich hab mal einen Kometen dabei und ich die IS den IS ich hab'n Panzer er hat'n Panzer ich hab'n Panzer wir gucken mal wie sich das entwickelt eigentlich teilt sich das gut auf und keiner fährt in der Mitte doch ja lass mal in die Stadt ja, shoppen sie ob die Geschäfte noch aufhaben? ja, also also puh der war gut hm hm kv4 ne kv3 war so hässlich, ne? ja waren nicht alle kv's irgendwie hässlich? geht ne? ne kv1 nicht oh, da hat's schon geschebert hier ist 3 hier ist 3 ups uuuuuhh du scheiße uuuuuhh du scheiße uuuuuhh jaa eh gleich ein wir sind bewegungsunfähig bitte äh irgendwas äh man ey Kette äh Munition alles kaputt hier schon ähm ich glaub' ich bräuchte mal Hilfe sonst hab'n ich hier gar nicht weg komm mir nicht weg ich zisch hier weg ich muss rückwärtsgang einlegen also ich hab'n hier echt genug zu tun hm hm oh das ist ein 8er ey, der kann ich doch mal wieder nix machen die machen zu viel Aua oh man wo sind denn die ganzen 7er, wo kann man denn mal Aua machen? also hier in der Straße geht das gut ab ja haha haha wir haben sie nicht mal angekratzt nicht mal angekratzt 06 stehts übrigens haha geil oh super Gott sind die hier alle hier schlechte gleich 07 glaub' ich hm hm böser Fischpupps böser Fischpupps böser Fischpupps böser Fischpupps böser Fischpupps böser Fischpupps also oh oh man ey hehehe den ersten Kill da hab ich mal besorgt ne die hatten du? ja ja super 1-7 ey ist das ein Pimmel Team echt ey das kann er jetzt schon sagen das geht voll in die Grütze hier ach also ja weisers fassen darauf meine Fresse du die ganzen Jagdpanzer haben sie uns kaputt gemacht schossen alle blauen weg oh man ey also beim ich weiß gar nicht worauf ich zuerst schießen soll hier weil hier so viel Panzer sind man oh man ey 1-9 du das musst du mal reinziehen Kratos gibt's doch nicht ich weiß gar nicht wo ich hier hinfahre ich hau auch nur noch ab hier ehrlich ich weiß gar nicht wo ich hinfahre es ist alles rot es ist alles rot ab durch die Mitte oh man ey Hilfe nein ich verpiss mich direkt durch die Mitte aber komm bitte aua au au aaaaah jetzt haben sie mich glaube ich also ich mach nochmal Schaden ja schade ich hatte gedacht wir gewinnen dieses scheiß Spiel noch verfluchte kacke das lade ich hoch das ist ein Let's Play Teamplay vom allerfeinsten ich weiß nicht was ich hier machen soll echt nicht ich bin ich der Letzte ja du bist der Letzte ja du warst der Letzte ja aber auch sowas muss man mal zeigen ist mir schlecht komplett zerledet ja also das war ne Leistung oh ist mir schlecht ja ich hab auch keine Lust mehr ne also das ist das ist das ist zum Mäuse melken das ist zum Heulen zum Hasen melken hier das ist einfach nur schlecht ja ähm in diesem Sinne Leute lasst euch auch von solchen Niederlagen nicht die Lust am Spielen nehmen sowas passiert mal und in 5 Minuten oder auch in 5 Tagen da habt ihr wieder richtig Bock auf das Spiel das Schöne ist gerade die Ansage die du gemacht hast mit dieser melancholischen Musik im Hintergrund also das war richtig scheiße gerade ja Jungs in diesem Sinne bis zum nächsten Mal komm rein und tschüss tschüss